Hey! Wunderschönen guten Tag, zurück zu B-B-B-B-Bioshock! Ja, ähm... Wir hatten letztes Mal hier aufgehört... ...weil... ...weil da zu gut auskam. Ach ja genau, da war ja was. Ja. Ja, und ich würd sagen, da labern wir gar nicht lange rum. Wir müssen scheinbar hier lang und dann gehen wir da rein. So Leute, was geht denn bei euch so? Was ist denn da los? Frage ich mich. Also, bei mir ist alles Tutti. Ich war schon in der Stadt, hab schon ein bisschen geshoppt und so, gell? Ho! Schöner Tag. Jetzt zocken wir erstmal. Dann muss ich zwischendurch noch ein paar Sachen machen. So Wäsche waschen und so eine Scheiße, was man so machen muss, ne? Und dann wird heute Abend wieder weitergezockt. Mein Gott, ist aber gut hier, ey. Ja, den kenn ich noch gar nicht. Cool. Eine Vita-Chamber. Na, wenn du nicht wieder... Du schießt doch jetzt garantiert auf. Oh, Entschuldigung, doch nicht. Tut mir leid, ehrlich. Das ist so behindert, ne? Okay. Nein! Wer hat denn den Automaten umgeworfen? Ah, der geht aber noch. Willkommen im Zirkus der Werte! Ah, der wird nur scheiße. Wenn man den hackt, wie schwer ist der denn zu hacken? Ja, genau, ey, fick dich doch. So ein behinderter Automat, ey. Boah. Okay. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Ryans Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier vor sich? Hä? Achso. Habe ich geguckt, ob die was mit hat? Tja. Ja, die, äh... Sind hier alle auf Partystimmung, oder? Das ist los. Katzenfutter, geil. Pussycat. Mein Gott. Zeig ich mir mal die Garte. Ach du scheiße, da liest ich schon wieder alles. Mein Gott, nee. Wir haben kein... Doch, wir haben einen Fall. Oh, scheiße. Zeit für was Leckeres, Jungs. Aua. Alter. 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 Warum ist der offen? Ich bin kein schlimmer Finger. Nein. Ihr habt alle sowas von gelitten, ne? Komm mal her. Nein. Doch, doch. Nein. Jetzt zieh dich doch nicht so. Komm schon. Jawolle. Sonst geh mal her. Hau ab. Ja, kein Ding. Hau ab. Ja, kein Ding. Hau ab. Hm, dann bräuchte ich mal wieder ein bisschen hier Dings. Was ist los? Schönen Stein, den du da hast. Wieso was von Haro, dann? Ich werde dir zeigen, wenn du mit solchen Flächen schlägst. Wer los? Verdammt, ist das alles? Lava kein Scheiß, Junge. Für so leicht durchs Schaubein. Er ist er. Er ist er. Er ist er. Er ist er. Und wenn er einen Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Der Staat, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten, denk nur an dich selbst begonnen. Diejenigen, die für den König und das Vaterland scheinen, sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verklärung der Dinge, diese Lüge ist es. Die Menschheit und die endlosen Teufelskriege sind für die Schuld. Wehe über euch! Weiter! Weiter! Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Wer labert denn da noch? Vater! Vater, hab dich mal auf! Ja, ja, Leute, so ist das Leben. So ist das eben im Leben. So, ich glaube, jetzt haben wir ja alles. Wir sollen in die Richtung, oder laufen auch in die Richtung erstmal, oder? Weil das hat sich ja, ähm... Ich tu, was du sagst! Das hab ich gesagt! Ah! 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 Interessant! Was ist da wieder da? Du hast da einen M.G. La 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 Mein Gott du bist da Dumme Sau ey So ganz ehrlich, so langsam geht man dann aufm Sack mit dem ständigen Wechseln Aber da machen wir wohl nix dran, da müssen wir jetzt mal eben hier durch Ich bin ein Star Du nicht Wo willst du hin, Jens? Ey, was? Das machst du kein zweites Mal Ah Boah Junge ey, das geht mir was Ich befolge alle seine Gebote Ich befolge alle seine Gebote Ich befolge Das geht mir los Ja Ich bin schief Ich bin schief Mein Schief Ich bin schief Ich bin schief Ich bin schief Aber wieso hast du denn nur Scheiß, ey? Ich will was nicht hacken. Ah! Ah! Der Ara warme sie deiner Seele! Ist das tot oder nicht? Aber klar doch, ich kann warten! Ich warte bereits von denen! Komm zurück! Ich hab's nicht so gemeint! Wo? Alles Dreckstück! Er wollte nicht rennen und du hast drauf geschissen! Ne, ich hab drauf geschossen! Verstehst du den? Oh Junge! Was ist das denn jetzt hier? Oh, Mr. Coen! Ich wäre fantastisch in der Rolle! Oh, oh! Mein Gott! Na, das bringt es ja nicht wirklich, ne? Interessant... Interessant war trotzdem! Was auch immer da gerade passiert ist! Rollstuhl, geil! Ähm... Da ist noch irgendwas drin, was wir aber wahrscheinlich auch nicht brauchen! Und? Ja, komm mal hier... Und? Oh mein Gott! Boah, Junge, ey. Wieso halten die denn auf einmal so viel aus? Das ist krasse.